Herzlich Willkommen bei der Baugruppe Peter Groß. Wir bauen Zukunft seit 1885. Die in vier Generationen gewachsene Kompetenz, gepaart mit der Flexibilität, Zuverlässigkeit und Innovationsstärke eines dynamischen und modernen Bauunternehmens, lassen die Baugruppe Peter Groß mehr denn je zu einem geschätzten Dienstleister für die vielfältigen Aufgaben des Bauens werden. Unser Leistungsspektrum umfasst alle Bereiche des Hoch- und Tiefbaus. Als Spezialist für jeden Bereich und als leistungsfähiger Verbund sind wir für alle Herausforderungen der Bauwelt bestens gerüstet. Mit unseren Niederlassungen, Tochter- und Beteiligungsgesellschaften sind wir im Südwesten Deutschlands verwurzelt und über unsere bundesweiten Bauvorhaben immer in der Nähe unserer Kunden präsent. 800 festangestellte Mitarbeiter, davon 150 Ingenieure, 500 Facharbeiter und über 50 Auszubildende sind die Basis für den Erfolg und die Zukunftsfähigkeit der Baugruppe Peter Groß. Die Baugruppe Groß besteht aus selbstständigen Einzelfirmen und Niederlassungen. Zum Segment Bauen gehören Die Peter Groß GmbH und Co. KG, welche in allen Bereichen des Baus aktiv ist, mit den St. Ingwerter Abteilungen Hochbau, Tiefbau sowie den Niederlassungen Kaiserslautern und Pfungstadt. Die Peter Groß Bau GmbH als Spezialist für überregionale Generalunternehmerbauvorhaben. Die Karlsruher Wilhelm Füßler Bau GmbH, die als regionaler Anbieter den süddeutschen Raum abdeckt. Die Peter Groß Fertigteilwerk GmbH als Hersteller von Betonfertigteilen für den eigenen Einsatz, aber auch als Lieferant für die Bauindustrie. Die Bahnbau GmbH in St. Ingbert, der Spezialist für Gleisbau. Die Enro Tech Holding GmbH und Co. KG Neuenkirchen, eines der führenden Unternehmen im Rohrleitungsbau. Die Mogat Guss Asphalt GmbH und Co. KG Saerbrücken und ganz aktuell die Bautrans GmbH in Karlsruhe. Im Unternehmensfeld Produktion sind wir in den Bereichen Beton mit der Groß-TH-Beton sowie der GTH-Beton im Saarland, Rheinland-Pfalz, Cottbus und Dresden mit zehn Werken aktiv. Das Asphaltmischwerk in Saarbrücken versorgt unser Unternehmen und den Baumarkt mit Walz- und Gussasphalt. Steine werden im firmeneigenen Steinbruch in Wallersheim in der Eifel gebrochen. Erdmassen, Bauschutt und Abfälle werden auf den Deponieren der Terralis im Raum Neuenkirchen umweltgerecht entsorgt. Ergänzt werden die klassischen Baufelder durch folgende Dienstleistungsgesellschaften. Peter Groß Verwaltungs GmbH, welche die Verwaltungsaufgaben wie die Geschäftsführung, Finanzen, Rechnungswesen, Recht, IT und Einkauf zentral für die gesamte Gruppe erbringt und der Peter Groß Real Estate Facility und Projekt GmbH als Dienstleister rund um Immobilien. Neue Bauaktivitäten im Ausland wurden sukzessive aufgebaut. Ein Ergebnis, das sich sehen lässt. Im Jahr 2010 wird die Baugruppe Peter Groß eine Bauleistung von 220 Millionen Euro erwirtschaften. 25 Prozent der Umsätze werden im Saarland, 5 Prozent in Luxemburg und 70 Prozent bundesweit erzeugt. Im Hochbau beschäftigen wir uns mit dem Ingenieur, dem Industrie- und dem Schlüsselfertigbau. Gebäude in allen Ausbaustufen werden innerhalb kürzester Bauzeiten realisiert. Ein zentraler Wettbewerbsvorteil ist dabei unser eigenes Fertigteilwerk. Nach individuellen Wünschen fertigen wir Deckensysteme, Stabteile, Binder, Spannbetonteile, Massivwandplatten, Sandwichfassaden, Waschbetonvorsätze, Treppen und Fertigteilbalkone. In der Königsdisziplin Hochbau zeigen wir als Generalunternehmer, was in uns steckt. Neben dem handwerklichen Bauen besteht unser Know-how aus dem Management, der Koordination und der Logistik von höchst komplexen Bauvorhaben. Der Tiefbau profitiert von unserem umfangreichen und technisch hochwertigen Geräte- und Maschinenpark. Straßen, Asphalt, Erd-, Gleis-, Rohrleitungs- und Kanalbau sind die spezifischen Einsatzgebiete. Hochmoderne Produktionsanlagen und guter Service führen zu hoher Qualität, zuverlässiger Belieferung und kompetenter Beratung. Ganz entscheidend für den Erfolg der Firma sind unsere Mitarbeiter. Diese geben unserem Unternehmen ein unverwechselbares Gesicht. Sie sind das Fundament unseres anhaltenden Erfolges in einer sich ständig in Bewegung befindlichen Branche. Dazu Geschäftsführer Steffen Walter. Zuverlässigkeit, Engagement und Verantwortung gegenüber unseren Kunden und unseren Mitarbeitern sind zentrales Motiv unserer Firmenkultur. Und Geschäftsführer Philipp Groß blickt mit Respekt vor den Leistungen der Vergangenheit in die Zukunft. Ein weiterer wichtiger Grundsatz unseres Hauses ist es, die immer dynamischeren Veränderungen der Wirtschaft und des Baumarktes positiv aufzunehmen und das Unternehmen auf dem Fundament der Tradition nachhaltig weiterzuentwickeln. Wir, die Baugruppe Peter Groß, stellt sich den kommenden neuen Aufgaben und freut sich auf die zukünftigen Herausforderungen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.